Ich freu mich schon und guckst. Mama! 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 Ich glaub, du kommst. Schleif! Schleif! Ich glaube, als du den über das Ding gehoben hast... Ja, natürlich. ...hat Nika den nicht... Nein, das war shit, weil wir haben gestoppt. Ja? Über das? Nee. Im Schlitz? Oh! 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 Juhu! Hallo! Kara, fahren wir Schlitten? Richtig cool! Ich rutsche ja eher auf meinen Schlitten als auf den Schnee. Ist doch kein Schlittenplan! Kara? Ja! Oh je! Bleibt der Berg! Ist doch voll viel Schnee, Kara! Ja! Geht das gut? Noch schneller! Und noch schneller! Und noch schneller! Und noch schneller! Ja! Ja! Oh! Oh! Bis jetzt fand ich das noch nicht so dolle. Fährt denn? Ist kein Schlitten? Fährt? Ja. Ah. Es ist ein bisschen kalt. Ja, das ist Schnee. Ich glaube, jetzt bleiben wir heute bei einer Abfahrt maximal zwei. Ich denke eher eine für die Kalender. Ja. Lauf das nicht. Ich schreie ganz laut. Ich dachte jetzt. Papa bremst, ja? Wollen wir stoppen? Ja. 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 Komm doch kauf. Wollen wir noch? Wollen wir noch mal? Ja. 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 Guck mal, kein Schnee mehr im Gesicht. Ist das besser? Ist das besser so? Guck mal, so schneid's nicht bei dir im Gesicht, ne? Ja? 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 Oh nein! Guck mal, jetzt ist nicht mehr so viel Schnee. Ist das besser? Nicht besser? Guck mal, jetzt kannst du gleich laufen, weil hier ist ganz flach. So flach auch nicht. Guck mal, das ist der Luca. Jetzt gehts. So fahren wir langsam schön. So ist gut? Die ist auch ein bisschen wärmer. Ihr könnt anscheinend nicht lenken, wa? Ja, wie man so lenkt auf dem Schlitten halt. Jetzt wird mein Fußgast gemacht. Wir fahren jetzt runter, ne? Luca, geh mal aus dem Weg! Luca, geh mal da weg! Weg da! Oh, da sind wir da. Oh, was soll die Jura rutschen? Guckt euch! Was machen wir hier, Cara? Langsam. Stop! Mach! 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 Oh, danke schön. Hallo! Hi! Was siehst du davon hinter dir? Weiß ich nicht Fühlt da jemand reinführen? Nein. Wohnt schon die ganze Zeit, aber nicht so. Hey, hey, hey! Hey! Hi! 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 Ja, das ist schon ein Wettbewerb. Das war's für heute. hier ist kein Stein, aber übel nicht Es geht um ihn zu es geht um ihn zu Das war's für heute. 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 Das war's für heute.